Der Stuhlraum. Sicher. Gesichert. Minimale Antikitätenanzahl. Überlebenschwierigkeitsklasse 1. Der Stuhlraum ist ein Raum, der sich auf Level 4 befindet. Dieser Raum hat das Erscheinungsbild eines Konferenzraums. In diesem Raum gibt es ein paar Flure mit kleineren Büros in kleinen Räumen. Der Hauptkonferenz hat Reihen von Stühlen, die Menge und der Typ sind zufällig, einschließlich der Auswirkungen. Alle paar Stunden wechseln die Stühle im Raum zu einer anderen Art von Stuhl, entweder aus Holz, Kunststoff oder aus anderen Materialien. Sobald der Typ ausgewählt wurde, werden alle Stühle im Raum die gleichen wie der Rest. Die Computer in den Büros sind entweder Normalcomputer oder Büroterminals mit verschiedenen Objekten auf den Schreibtischen, die darauf hindeuten, dass die Büros in Gebrauch sind. Der Konferenzraum selbst hat einen Ständer mit einem funktionierenden Mikrofon und einen einzigen Stuhl, der sich nicht ändert. Er ist ein schwarzer, weicher Bürostuhl. Jeder Stuhl im Raum hat je nach Art des Stuhls eine andere Wirkung. Hier haben wir die Ereignisse aufgezeichnet. Sessel. Bei dieser Art von Stuhl wird nicht viel berichtet. Anstatt sich wohl zu fühlen als sonst, dieser Stuhl ist das häufigste Variante, die erscheint. Esszimmerstuhl. Diese Art von Stuhl macht sie hungriger als normal und zwingt sie eine richtige Nahrungsquelle zu essen. Schaukelstuhl. Dieser Stuhl scheint gefährlich zu sein, da er den Benutzer nach dem Sitzen einfriert und langsam zu schaukeln beginnt. Der einzige Wirkung zu entkommen besteht darin, einen anderen Wanderer zu haben, der ihnen dabei hilft. Flügelstühle. Dieser Stuhl hat ein warmes Gefühl als normale Stühle, als wären sie neben einem Kamin. Klubstuhl. Dieser Art von Stuhl versetzt den Benutzer in eine energiegeladene Stimmung als normal. Dies ist nützlich, um nicht mehr Energie zu geben, die er ein paar Stunden hält. Bürostuhl. Nur einer dieser Stühle reicht und ist derzeit und dauerhaft vom Anführer der Stühle besetzt und scheint seine Thron zu sein. Dieses Stuhl gibt dem Insassen theoretisch die Macht, durch geistige und körperliche Dominanz über die Zähloten zu herrschen. Windstuhl. Dieser Stuhl scheint den Benutzer fürsorglicher zu machen und verbessert die Aufmerksamkeit der Gespräche. Sessel. Diese Art von Stuhl scheint den Benutzer in einen entsprechenden Zustand zu bringen, was den Benutzer für ein paar Stunden sehr faul erscheinen lässt. Tulipchair. Dieser Stuhl sorgt dafür, dass sich der Benutzer für ein paar Minuten in einem Tiefen des Stases befindet. Während dieser Zeit sehen sie Visionen eines Hauses, die sich von Benutzer zu Benutzer unterscheiden. Wenn sie zu lange auf diesem Stuhl sitzen, bringt der Benutzer sie auf Level 53. Chase Lounge. Dieser Typ gibt dem Benutzer das Gefühl, entspannt zu sein. Ähnlich wie beim Sessel, obwohl dieser die Körpermerkmale des Benutzers für ein paar Stunden zu verbessern scheint, bis er normal zurückkehrt. Slipper Chair. Dieser Stuhl verleiht ihnen aus unbekannten Gründen die Persönlichkeit einer Person namens Shane Marksman. Als männlich oder Kelly Ruffs als weiblich. Es ist unbekannt, wer diese Wesen sind, aber sie stilisieren eine Persönlichkeit aus den 1930er Jahren. Dieser Effekt wird nur bei einer Person gleichzeitig ausgelöst. Der Effekt lässt nach, sobald der Benutzer den Stuhl verlässt. Kampfstuhl. Dieser Stuhl gibt dem Benutzer den Effekt, als wären sie am Strand. Obwohl dieser Effekt nachlässt, sobald der Benutzer den Stuhl verlässt. Gaming Chair. Dieser Stuhl versetzt den Benutzer in eine tiefe Stasis und gibt ihm die Vision seines Lieblingsvideospiels. Wenn er scheitert, wird er auf seine Stasis aufwachen. Wenn sie gewinnen, werden sie auf Level 52 oder 40 geschickt. Chesterfield Chair. Diese Variante des Stuhls hat zunächst erst nach einer zufälligen Zeit keine Eigenschaften und bringt sie dann auch für 5. Coxwell Chair. Diese Art von Stuhlen bringt den Benutzer in eine Chance und lässt den Benutzer TikTok immer und immer wieder wiederholen. Von natürlicher Weise, die einer Großmutter ähnelt. Louis Geist Stuhl. Dieser Stuhl macht den Benutzer nach ein paar Minuten Sitzen zum No-Klippen. Sie werden in einem der Bettel in der negativen Level aufwachen. Directors Chair. Gibt der Benutzer einen kreativen Ansatz für seine Gedanken. Leatherback Chair. Dieser Benutzer gibt ihm die Sicht einer zufälligen Entität der Wanderer. Obwohl sie dabei keine Aktion ausschüllen können. Die Wanderer, die diese als Erfahrung gemacht hatten, erklärten, dass es sich sehr offensichtlich anfühlt, wenn jemand durch sie hindurch schaut. Es gibt mehrere Arten von Stuhlen, die erscheinen können, obwohl sie undokumentiert sind. Basen und Außenposten. Die Eiferer des Stuhls. Die Eiferer des Stuhls sind eine relativ neutrale Gruppe von Individuen, die ihre Liebe zu stühlen als gottähnliche Wesen verkündet. Sie haben etwa 50 Mitglieder und wachsen leicht. Die Eiferer des Vorsitzenden können im Allgemeinen als freundlich angesehen werden. Sie werden provoziert. Das heißt, sie beleidigen oder verstopotten auf irgendeine Art und Weise Stühle. Dadurch geraten alle in der Nähe befeindlichen Eiferer in eine unkontillierte Rasserei. In dem Rasenzustand erklären sie wiederholt ihre Hingabe zu ihren Vorsitzenden und versuchen, die nahegelegenen Nicht-Zieloten zu verletzen. Dies soll, bis das Opfer tot ist oder das Opfer alle Religionen angeprangt hat oder Vorsitzende als ihren Retter akzeptiert hat. Wenn ein Theolot sich nicht in einem heilischen Zustand befindet, verhält er sich wie eine normale Reisende in den Backrooms und kann Gespräche führen. Es sollte jedoch vorsichtig sein, wenn das Thema in Richtung Stühle abdriftet, dass dies bald eine Raserei hervorrufen könnte. Eiferer scheinen sich ihrer Raserei nicht bewusst zu sein und können nicht begründen, warum, wenn sie sich verschlimmern. Noch erinnern sie sich an Gewalttaten danach. In seltenen Fällen kann man sehen, wie Eiferer und Ungläubige in den Schulraum ziehen. Der genaue Prozess ist unbekannt, aber Menschen, die entdeckt wurden, wie sie in den Schulraum gebracht wurden, wurden später als Eiferer begegnet. Was darauf hindeutte, dass der Schulraum stark an der Schaffung der Eiferer beteiligt ist. Diese Details sind nicht sicher, da Eiferer oft im Schulraum und oft in anderen Räumen mit großen Mengen von Stühlen patrouillieren. Und Eiferer, die diese Räume bewachen, scheinen viel aggressiver zu sein und werden auf Sicht angreifen. Wenn sie Grund zu der Annahme haben, dass sie sich in der Nähe von dem Chairroom befinden, gehen sie nicht in ihn herein. Sie halten keine Informationen von Fraktionen wie Meck und andere über den Leatherbock-Chair-Effekt, wo sie diese Informationen für sich behalten. Eingänge Um zu betreten, finden sie eine unnatürliche Anzahl verschiedener Stühle in der Nähe der Tür des Stuhlzimmers. Folgen sie ihren Stühlen bis zum Eingang. Um zu verlassen, setzen sie sich entweder in eine der Stühle, um verschiedene Level zu betreten, oder verlassen sie die Tür, um Level 4 wieder zu betreten. Und das ist eine wemste hier in der Nähe der Stühle. Und das ist eine wemste. Vielen Dank.